So, willkommen in einem kleinen Multiplayer-Video von Battlefield 4. Ich versuch's heute zum Aufklärer. Ich hab das Spiel noch nicht groß gespielt. Mal schauen, was uns hier erwartet. Ich werde gleich weggeschossen. Ok, rote Ziele! Wo in diese Richtung? Aha, da vorne ist irgendwas. Geh mir mal ein bisschen näher. Oh, scheiße. Oh, ja gar nicht. Ja, gespannt ob ich den ersten in zu sich gekriegt bevor ich ihn ins Visier genommen werde. Ich hatte eher das Gefühl es wird umgekehrt sein. Das ist mir sicher erst ins Korin bevor ich das kann. Bis jetzt sehe ich hier niemand. Das ist irgendwas. Seht ihr von hier aus? Okay, wer zwar da, aber ich sehe ein Licht von da aus. Vielleicht ist er auch schon tot. Okay, da ist jemand tot, nur die Frage ist... Ich habe ein feindliches Boot westlich von dir gesichtet. Okay. Ja, man sollte vielleicht die Map ein bisschen merken. Ich probiere jetzt ein bisschen näher heranzukommen. Ich nehme mal die Abenteuer. Das ist ein bisschen näherher Herzen. Ich habe gerade das Gefühl, ich bin hier am Ende von der Map und irgendwie muss ich hier ins Spielfeld gerangen. Ich habe gar keine Ahnung wie, okay das sieht schon mehr aus nach Spielfeld, jetzt suche ich mir mal einen höheren Punkt. Der ist anscheinend genau unter mir gelandet. Ja, hier läuft der Wasser ab, eindeutig. Wir haben Einsatzziel Charlie erobert. Wir haben Einsatzziel Bravo neutralisiert. Wir haben Einsatzziel Bravo erobert. Ach, da hinten. Okay. Ja, man muss eindeutig die Karte ein bisschen kennen, damit man weiß woher. Also ich habe keinen einzigen Schuss auf einen... Kann ich ja sagen ob ich jetzt nicht starten möchte, ist das so? Schauen ob ich jetzt rauskomme. Komm ich sonst nicht woher raus? Ach du Scheiße. Oh. 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 Da ist ein feindlicher Helikopter. Erst nicht in der Position. Ok, der Helikopter brennt anscheinend auch unter Wasser. Also ich habe in der Map echt ein bisschen die Notierenstärke noch. Weil ich auch nicht weiss wo die genau sind und wo ich genau bin. Aha! Hier sieht es aus, als kann ich jemals Haus... Boah! Ach du Scheiße! Ich habe das Gefühl ich werde gebombardiert. Wahrscheinlich wissen die wo ich bin. Ach du Scheiße! Da ist jetzt noch in den Fels untergefallen oder wie? Ja! Also irgendwie... Ich glaube so irgendwie Klasse ist nicht so das Valve. Ähm... Vielleicht kann ich eigentlich sehr viel auswählen wo ich starten möchte. Ja! War ich ein Helikopter? Vielleicht habe ich jetzt auch mehr Chancen. Ach du Scheiße! Ja!! Ja!!! Das ist was! Merke Ich! Ich werde da gerade getroffen! Ja! 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 Das ist was! Scheiße. Ach du heilige Scheiße, wie man hier treffen, wenn man hier durch die Gegend fliegt, das ist ja echt was. Hier springen. Ja. Okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich noch irgendwie ein Fahrschirm ziehen, nur ich wusste gar nicht wie das geht. So bin ich jetzt aufgeschlagen. Vielleicht werde ich jetzt mal anderswo versuchen hier zu starten und gleich hier beitreten. So. Jetzt bin ich zwar auf dem Dach. Ja. Hab ich den erwischt? Nee, das war gar nicht mal ich. Ach du Scheiße. Hab ich mal gefördert, ich will mal jemanden treffen. Nee. War ich nicht mal. Ja. 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 laws-up. Whooa. Was ist ja. also der nebel schreibt schon die ganze sicht ein das ist nicht so einfach ein ziel auszumachen ehrlich sagen ich glaube ich werde jetzt mal auf die sicht gehen sehe ich vielleicht auch wo die ganzen leute sind wo unseres Ich versuche mal hier zu fliegen. Ok, ich habe gerade ein Helikopter versenkt. Irgendwie lebe ich noch. Der Punkt gehört ja nicht uns, sehe ich das gerade richtig? Ich bin jetzt mal hohen, dann bin ich alleine. So. Oh oh. Was sagen, gehen wir hier in den Laden rein. Ja, ich glaube die erste Folge von diesem Multiple Let's Play ist mal zu Ende. Habe ich sehr viel gerissen. Irgendwie ist es mir ein bisschen unübersichtlich. Da muss man wahrscheinlich zuerst wissen, wo man hin überall kann und wo die Frauen sitzen meistens. Das ist ein Boot. Das ist unser Boot. Das ist unser Boot. Ich versuche mal dahin zu schwimmen. Vielleicht nimmt das ja uns mit. Oh, bleib da. Jetzt fällt das Team hier weg. Was denn jetzt? Ist es weggepackt oder was? Ja gut, bis zum nächsten Mal. Danke. 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 Danke.